Ich sollte auf jeden Fall hingehen, weil erstens, ich will das viel gerne besiegen. Und zwar ist das noch die Truhe. Hallo? Ich muss noch viel mitnehmen. Erstmal mache ich das dann direkt. Warte mal. Nicht eigentlich sogar direkt. Gold Gratis. Ich glaube, ich hätte das von Anfang an machen können, oder? Gerade eben. Ja, dann. Sarah, tut mir leid. Tut mir sehr leid. Confirm. Kann ich da jetzt noch hin? Oder ist der Bereich jetzt abgeriegelt? Wenn ja, bin ich ziemlich am Arsch. Okay, ich kann auch da hin. Gut. Ich habe mir jetzt echt Sorgen gemacht, dass der Bereich jetzt nicht mehr betriebbar sein würde, wegen des Events. Aber nein, ist es einfach da. Cryptid. Ist sogar extra markiert für die Karte mit einem extra Zeichen. Ich glaube, ich speichere mal lieber vorher, bevor ich das versuche. Vielleicht ist es auch so ein Gegner, wo ich mal später nochmal hin zurückkommen sollte. Oder sowas in die Richtung. Aber, ja, das sehen wir dann ja gleich. Oh Gott. Ich meine, das ist halt extra, so auf der Karte markiert, ne? Mit so einem besonderen Zeichen. Und wir hätten jetzt hier nicht hin müssen. Das hat nicht mehr mit der Quest zu tun. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es ein zu starker Gegner ist. Einfach. Das sieht aus wie ein Nilpferd. Ein großes, böses Nilpferd. Seismic Monstrosity Wall... Diesmal wird alles, was wir haben. Mein Schaden. War schon einiges, aber es geht noch. Es ist jetzt kein Bereich, wo ich sagen würde, okay, das ist ein unmöglicher Kampf, den wir gar nicht erst versuchen müssen. Oder so war es in die Richtung... Bist du gegen irgendwas anfällig in die Richtung? Sieht nicht so aus. Und ansonsten halt ein bisschen gegen das Goldene, ein bisschen gegen das Gelbe. Genau. Ja. Das ist alles nicht so geil. Das ist alles nicht so geil. Ich würde mit dir erstmal einfach so angreifen gerade. Das ist... Oh mein Gott. Was ist mit einer Escroft? Ich kann aufgeben. Ich glaube, ich kann aufgeben. Ja, Leute. Es ist kein Kampf, den ich schaffen kann. Meine Föckerin. Ja. 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 Oh mein Gott. Ich kann das jetzt ausprobieren. Mal so aus Spaß, ne? Ob ich jetzt irgendwas anrichten kann. Irgendwas richtig krasses. Ich meine, das macht schon Schaden auf einmal. Ja, aber... Mehr halt auch nicht. Mehr halt auch wirklich nicht. Wow, ein Schaden. Okay, Magie macht vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Mal sehen. Nicht, of course, konnte ich auch vorher nicht wissen, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Ich versuche mal, die Zifferenzierung zu erfüllen. Ich hoffe, das wird noch was. Obwohl der Buff hält nur noch eine Runde jetzt an. Wahrscheinlich hält das gleich das nicht von der Zeit her. Aber das macht gar nicht so unendlich viel Schaden. Also es ist eigentlich recht machbar, was das angeht. Nur... Wir machen halt auch keinen Schaden irgendwie. So gar nicht. Ja, nein. Ich gebe auf, übrigens. Also ich glaube, das kann ich noch nicht schaffen. Also vielleicht schon. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach später nochmal zurückkomme. Ich... Lass mich mal sterben und lade den Spielstand, den ich gerade gemacht habe. Ich glaube, das ist das Beste. Das sollten wir definitiv erst irgendwann später wieder probieren, habe ich das Gefühl. Und dann wahrscheinlich mit mehr Leuten, die hauptsächlich auf Magie spezialisiert sind, denn der ist echt hauptsächlich gegen Magie anfällig. Das ist schon sehr auffällig gewesen. Physischer Angriff haben halt echt gar nichts ausgerichtet. Aber gut. Aber gut. Erstmal kümmern wir uns jetzt so... Habe ich getan, was ich get... Bin ich fucking geistig degeneriert? Just Party, bitte. Ich habe Sarah gegen Fear ersetzt. Ähm, hallo. Hallo. Ich bin noch nicht bereit. So, das wollte ich drücken. Danke. So, confirm. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal... Nein, muss ich nicht. Ich bleibe wirklich direkt hier. Okay. Ich habe also jederzeit wechseln und es ist eigentlich gar nicht so das Problem. Eigentlich wirklich so gar nicht. Ja, sogar ein bisschen unnütig, dass man überhaupt wechseln muss dafür, weil... Warum macht das Spiel das dann nicht einfach automatisch, Mensch? Ach, whatever. Hauptsache... Ich bin ein kleiner kleiner Kampf. Ja. Hm. Schön, in Anführungszeichen, ne? Buff dich bitte erstmal und... Ich bringe die Thunder jetzt! Du kannst ja erstmal zu für die Dance reinhauen. Whaaaaat? Eine Waffe ist wohl eh nicht bekommen. Und... Hauptsache, die Ärzte will ich ja loswerden damit immer... Ja, ich glaube... Außer der einen... Hmhm... Das ist optimal. Ich glaube, das ist optimal. Dann zwei übrig. Und wie viel Schaden nimmst du so? Wie ich es so viel, wie ich gerne hätte. Aber mehr als der Superbus gerade. Mehr als der Superbus, wenn ich ihn jetzt gerade mal nennen will. Okay, viel selbst schon durch. Ich gebe auf, ich gebe auf, wenn man es normal... Anders, ganz anders. Und mit ich mache jetzt absolut alles anders, meinte ich hauptsächlich erstmal, dass ich vier ein paar Quads geben sollte, denn davon hatte sie gar keine. Und das ist natürlich ein bisschen suboptimal, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Werde ich sie erst buffen oder kann ich direkt jetzt die... Ich glaube, ich fahre das jetzt direkt rein hier. Trifft auch alle außer einen diesmal sogar. Also komplett optimal. Fängt mit euch. Und du kannst jetzt eigentlich, glaube ich, erstmal einfach drauf hauen. Oder? Oder nicht? Oder möchte ich zuerst buffen? Ich glaube, ich buffe dich zuerst, vor allem, weil es die Geschwindigkeit erhöht. Gerade das ist ziemlich nützlich. So, dann... Es fiel natürlich weiter direkt... Als... Oh mein Gott, vielen Dank. Ja, ich habe ihr auch übrigens, ähm... Mehr Evade-Sachen gegeben, dass ich jetzt bitte ausweichen. Das könnte nützlich werden, wie man hier sieht. Es ist nützlich geworden. Ganz kurz. Ganz, 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 ganz kurz. Hm. Na, Sarah, mal sehen, was du so alleine bringen kannst. Ich meine, du machst ziemlich viel Schaden. Auch mit normalen Angriffen schon. Das könnte sogar klappen, rein theoretisch. Okay. Weißt du auch gerade ziemlich gut aus, hab ich das Gefühl, dass ich dann im Grund... Auch wenn ich dir keine Evade-Quart gegeben habe. Aber gut. Schwer will ich mich darüber nicht. Auf keinen Fall. Ach, aber das ist Inside. Okay. Gibt das ja auch Inside, oder... Ach, tatsächlich, es gibt ja auch Inside. Ja, das ist echt ziemlich krass. Also, richtig, richtig krass sogar. Ah, gut, ich sollte mich trotzdem nicht mal heilen. Ich könnte das jetzt echt mit Sarah alleine schaffen, hab ich das Gefühl. Obwohl, nein. Warum ist... Warum seid ihr so oft dran? Holy shit. Ich habe mich verpasst. Also, ich meine... Oft, klar, gerne. Ich habe bestimmte Sachen gemacht, die krass waren die Leia-Höhne, aber... Hä? So oft? Gut. Nochmal das Ganze, nochmal das Ganze. Der Anfang ist ja... Eigentlich, dass sie sowas machen kann, weil ich muss die Gegner ja alle schnell loswerden, ne? Sonst... Habe ich ja keine Überlebenschance. Sogar keine. Ah, ich glaube, das ist perfekt. Ja, das ist optimal. Warum greift mir auch direkt alle Vieh an, Mensch? Vor allem der Boss halt. Das pissen wir am meisten an. Alter, die überlebt doch nichts. Leute. Oh, direkt 5 CCP für Sarah. Das ist doch... Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich würde jetzt gerne erstmal Vieh, glaube ich, heilen gerade. Muss ich sagen. So. Nimm das bitte. Sarah kann gerne nämlich angriffen werden. Die hält nämlich ein bisschen mehr aus. Ein ganz kleines bisschen. Erstmal ein bisschen Wach auf dich, endlich. Und viel, viel weiter angriffen. Mein Gott. Zu langsam. So. Hauen um. Okay. Ja, gut. Gegen so, ne? Ich habe jetzt schon stärkere Angriffe gesehen. Es sind die Gegenden was anfällig, sollte ich mal gucken. Gegen Gift zum Beispiel. Ich habe ja auch ein Gift-Quad gegeben. Sonst ein Burn. Freeze ist okay. Confused. Faint. Faint kann ich sogar machen. Okay, Faint habe ich sogar was für. Das ist schön. Faint, Faint, Faint. Was kann hier fainten? Das kann fainten. Nur das, nur das. Dann probiere das doch bitte mal. Jetzt. Hat geklappt, aber nur bei dem Gegner, der... Sowieso jetzt. Das ist natürlich schön. Das ist natürlich sehr schön, aber egal. Er wurde immer auch von langsam. Und da hau ich jetzt weiter drauf. Und versucht jetzt weiter voll zu gehen. Das sollte jetzt machbar sein. Das sollte jetzt sehr machbar sein sogar. Und mit dir mache ich einfach genau das hier weiter. Und wenn es echt so eine gute Chance jetzt hat. Immer 15 Prozent. Das ist eigentlich ja nicht so schlecht. Das ist echt nicht schlecht. So, weiter drauf da bitte. Und du hast keine Zufäge mehr. Schade. Bam, bam. Das macht keinen Schaden. Wenn wir jetzt einmal angriffen müssen, ist sie zurück tot. Aber bis dahin geht's noch. Oh, das ist jetzt blöd. Weil jetzt sind beide ziemlich in Gefahr. Du hast keine AOE-Heilung oder... Warum nicht? Warum hast du bloß keine AOE-Heilung? Ich weiß es nicht. Okay, das ist meine letzte Chance eigentlich, ne? Na, das ist meine letzte Chance, würde ich sagen. Das war's mit meiner letzten Chance, würde ich sagen. Würde ich sagen, würde ich sagen. Hm. Wie kann ich mich nur nützlich machen, wenn ich sowieso sterben werde? Ist dann die Frage. Ich gebe dir Inside. Never mind. Darüber habe ich nie nachgedacht. Darüber habe ich wirklich nicht nachgedacht. Das war unfassbar dämlich. Ja, Sarah ist, glaube ich, tot. Oh mein Gott, Sarah lebt noch. Oh, ich will das schon jetzt nicht so beenden. Ja, eigentlich. Ich meine, die Eskunft reicht jetzt noch nicht. Oder reicht sie doch? Wahrscheinlich nicht. Aber ich werde sie jetzt noch zum Einsetzen, weil das ist meine letzte Chance, wie gesagt. Ja, ich habe viele letzte Chance, Leute. Ich weiß, aber trotzdem. Das reicht? Okay, vielen Dank. Oh mein Gott, das war viel zu knapp. Hätte besser laufen können. Hätte ich noch besser machen können, aber... Es hat dir gereicht. Es hat einfach gereicht. Und damit reicht es mir auch einfach. Absolut. Ich werde jetzt eh beide geheilt, deswegen ist mir das vollkommen egal. Done. So, Croft Get. Sweep 2. Auch hier wird sich kein neuer Name überlebt. Einfach nur zwei drangehängt. So viel mit Blade 2. Sehr kreativ. Ich glaube, vorher war Speed minus 25, ne? Und jetzt minus 50. Glaube ich. Weiß ich aber auch nicht. Ich merke mir das doch nicht alles, Leute. So, die können das Overdrive zusammen nutzen, davon gehe ich aus. Das ergibt Sinn. Das ist nämlich immer so, tatsächlich. Jaja, welche Überraschung. Damit wäre ich hier fertig. Dann auf nach Legram. Auf nach Legram. So, dann hier in Legram als erstes die optionale Aufgabe. Und du bist... Okay. Petri. You're a cargo, right? Machias, uh... Friend. I know you put in a request for help, but... What are you doing all the way out here in Legram? Did something happen? What do you think happened? A bunch of noble soldiers came busted into the off district. And that got us really salty. So, we gave them some of the old bank. Kapow. But then they got mad at us and turned the tables. They wouldn't give up either. And then... Petri. Petri. Dammit. If I passed that correctly, it sounds like you really need to help with something. And I guess Petri's in trouble? That's about all I got too. We should try to get him to calm down at it, so he can explain things before it's too late. Are you bringing Makias with us would help? I mean, they are friends of a sort. Yeah, sounds like a plan. Let's go back to the creators and get him. Ja, okay, ich bin ja schon dabei. Und dann macht er von selbst. Macht er von selbst. Okay, das ist sehr nett. Ich hätte mich schon beschwert sonst. Those damn soldiers getting all big for their boots, thinking they're so tough. They deserve the kapow we gave them. I didn't think they'd be so stubborn though. Or that Petri would... Damn it. Well, at least they're crying. I guess we won't be able to get anything else out of him while he's like this. Lumber to translate. The patrolling soldiers' arrogance irritated him and Petri greatly. In response, they tried setting traps for them, using boxes and drum cans in an effort to drive them away. Woher hast du diese fucking information? Das hat er nie so gesagt. Nicht mal ansatzweise. Natürlich, this did not go according to plan, as anyone with health or brain would expect. Markus, the hell are you doing here? I don't need a dog like you to help me solve this out. I can do it just fine on my own. Of course, I can tell from the tears streaming down your face that you're off to a flying start. Markus, I have no idea how you turned what you just said into what you just said, but I'm impressed. Ja, denk ich mal auch. Unfortunately for me, I've had to put up with the two of them for a long time now. You pick some things up after a while. I'm fairly sure I know how the rest of the story goes, too. When the traps failed to have the intended effect, the soldiers gave chase. As they ran, cargo, and Petri lost sight of one another, which led to their current quandary. Yeah, that's right. We were running from him, but then Petri told me to go on ahead. We're supposed to meet up here, but she still hadn't shown. What's that supposed to mean? What is that supposed to mean, Magius? Cargo, we should make a few things clear. You should definitely specify Le Graham is the town to meet up in, correct? That's what I said, didn't I? I mean, we were kind of panicking at the time with the soldiers chasing us and all. But Petri took out of half and pointed right at the part where Le Graham is. She said we were meeting at a tiny little place in the boonies when no soldiers would ever even care enough to find us. Maybe you shouldn't talk about the town like that or in front of all of its residents. Yeah, aber ist halt wahr. Well, he isn't wrong technically, so because he's easy to sein. And speaking as a resident, I don't find such an apt description offensive. Still, if they had a map, I can't imagine that we are dealing with any sort of misunderstanding. Neither can I. They're both Euribonians, so it's not like they end up in different towns. One more question, Gargo. Were you both on the same side of the map when you were doing this, or were you on opposite sides facing one another? Huh? Yeah, we're facing it just as a what? Ever worked something out, Makias? I think so. When they agreed on the destination, one of them was looking at the map upside down. I doubt she ever even mentally grabbed and she'd probably point to a part of the map that said here. They probably didn't even realize how much of a misunderstanding it would cause. Das ergibt gar keinen Sinn, aber das ist komplett dämlich. What the fuck? It does sound plausible. Still, if that's a cause, a case, then. Padri's gone off to an entirely different town. Ja, und zwar irgendwo... Im Norden von Heimdorf. Keine Ahnung, was da so ist. We should look for a town that fits her description. Das is a mirror! Mein Gott! Did you work something out? Ja! So, meine Fresse. Und das ist mir jetzt nur eingefallen, weil das die einzige Stadt ist, die wir noch besuchen können mit der Courageous-Karte. Und es ist Norden von Heimdorf, deswegen passt das. Deswegen passt das einfach. Ja, da sehe ich doch direkt grüne Ausrufzeichen, aber... Hängen die wirklich damit zusammen? Wir werden es herausfinden aber erst, nachdem ich geguckt habe, ob ich ein neues Snowboard-Pisch da habe. Denn das schützt mich gerade viel mehr. Ja, den B1-Kurs sogar. Ja, das wird doch ganz besonders interessant jetzt bestimmt. Hoffe ich. Ach, egal. Auf jeden Fall eine neue Strecke, oder? Ja, sieht sehr stark aus. So, ein bisschen Ansprung holen hier direkt. Damit ich hier drüber rumkomme, schön. Da kann ich schön drüber springen. Ach ja, das geht doch momentan noch. Aber das sage ich, glaube ich, immer. Oh Gott, das war knapp. Schön durch eine Höhle hier. Äh, ja, hier wird auf jeden Fall Abwechslung jetzt geboten. Komplette Abwechslung. Ich meine nicht, dass es einen großen Unterschied macht, dass es jetzt eine andere Strecke ist, glaube ich. Aber... Außer irgendwas Besonderes an sich, was ich noch nicht sehe bisher. Aber bisher ist es einfach nur eine normale Strecke. Aber hey, man sollte ja nicht so früh urteilen. Vielleicht kommt gleich noch irgendwas total krasses auf mich zu, was ich absolut nicht kommen sehe. Nein, sieht nicht danach aus irgendwie. Da drüber springen, bitte. Oh Gott, oh Gott. Und das war es doch schon. Ja, die Strecke ist... auch nicht schwerer jetzt als die andere, glaube ich. Ich meine, es gibt noch eine andere Strecke natürlich auf der Strecke. Also man könnte übrigens abbiegen, ja, aber sonst... Schienen ist jetzt erstmal nicht schwerer als die erste Strecke. Glaube ich. Nö. Nicht wirklich. So, Finish. Ich bin fertig. Ich habe alles geschafft. Ich bin Profi. Kriegst du nur als Accessoire oder so dafür. Ja? Nö. Silver Bell. Ein Ordment. Quarz. Dings. Genau. Gut, ähm... Ja, komm, gucken wir es uns an. Nicht, dass ich es vergesse und dann vergesse, was es macht. So, Silver Bell. Hoffs Delays after using Mirage Arts. Ja, vielleicht hilfreich für... Ähm, ja. Emma. Aber... Aber... I don't know, I don't know, I don't know. Ich habe noch was gerade gesehen da, was Interessantes sogar. Seit wann habe ich das? Das sollte ich auf jeden Fall mal irgendwo ausrüsten. Äh, jemand hat da sogar Speed Breakout drin, ne? Ja, hier. Sarah. Hier, nimm Speed Breakout 2 stattdessen. Das beste Sequel aller Zeiten. Aber... Ja, tatsächlich. Come on, split it out. Where'd you hide Cargo? I know you did it. I'm sorry, I'm sorry, I didn't mean it. Wait, who's Cargo? Is that Peddery? Well, I'm glad we found her, but I can't believe she actually ended up here. That looks like Makias' theory about the map was correct. Yeah, might be a good idea to let him know before we try talking to her. Thanks, too. She really was here. Hey, Peddery. Could you please stop causing problems for strangers? Makias? So what are you doing here, huh? It's not like I actually care, but it's nice to see your stupid face, b-baka. I suppose she's acting a bit odd. Oh, well. I'm glad to see her well, too. But seriously, what were you thinking, trying to pick a fight with the army? You heard all about what happened. No good can come from worrying people so much, you know? What? Luke is talking. Pardon? You've got no idea who a worried asked was when we heard you were haunted by the army. For all we freaking knew, you were dead in a gutter somewhere. Instead of Uncle Carl ended up getting arrested on top of it all. Why do you think we started picking fights in the first place? We're scared. We're pissed off. We were. We were. Whatever. It was better for us to do it than letting some amateur stress of luck. So that's what really happened. I'm not surprised that people in your neighborhood would be worried about you. I'm sure Fiona must be really worried about me, too. Sorry, I had no idea that was the case. I'm sorry for worrying you all so much. You should be saying that to everyone back home, not me. Anyways, that idiot Kago said he was going to meet me here ages ago, but he still hasn't shown up. So you're going to help me look for him? Speaking of Kago... I almost forgot. The obstacle is in my mind. So she really did intend for them to meet here. Although there's no way to tell who was in the wrong now. What? You guys know something? You better not have him tied up somewhere because we do... Na, na, warum sollten we? Let's say we bring him here before she accuses us of anything else. Anstatt, dass wir sie jetzt mitnehmen einfach. Wie dämlich ist denn das jetzt? Ach mein Gott. Peddery, woo! Kago, woo! Woo! Oh. Wow. Still have you been out all this time. I was freaking out like crazy, a damn pipsqueak. Where the heck was I? Where the heck were you? Ultra headlock time. Agh! Yeah. Okay, alright. Just who are these people? Well, they are refugees from Heimdall. I really am sorry for all the troubles she's caused. I know this is a lot to ask, but would it be possible for them to stay in a mirror until the situation improves there? Well, sure, they're not how I pictured people from Heimdall to be, but sure. Ja, ich glaube, die sind aber auch nicht alle. So. Oh, check it out, there's a really warm-looking pond over there. What, loser? That's clearly a trap. Ain't no way anyone would put something that nice smack dab in the middle of town. Oh, you're right. You're so smart, Peddery. Ja, das ist definitiv eine Falle. Du hast vollkommen recht. Hey, Felix Kills, I'm going to go have a quick word with them, so they don't go causing any more trouble. Haha. Well, that was certainly an experience. Glad we get a happy ending from it all. Ja. Cool. Wow. Bunny Watch. Nett. Was macht das? Würde doch gerne wissen. Oh, Panzergaard, was macht das? Accuracy, Critical and Prevents Blind. Okay, cool. Aber das interessiert mich viel mehr. HP erhöht, EP erhöht, Speed erhöht und Prevents Delaying. Ja, benutze ich vielleicht mal, weiß ich nicht für wen. Ich muss nochmal zurück nach Egram, da waren noch zwei Leute, die ich mitnehmen möchte, gerne. Dann mal sehen, ob die auch so leicht mitkommen wie Monika, oder ob die wieder Aufgaben für uns haben vorher. So. Hier in der Kirche direkt eine, die haben wir auch schon gesehen. Wir haben die alle schon gesehen im Endeffekt, ne? Oh, you're back. Hey again, Vivi. No updates on Linde's whereabouts, since we saw you last, huh? Not yet, at least. Prayed for her to be okay more times than I can count. I even started watering the plants here for extra ideas brownie points. Yeah, wow. And they're still not doing very well. I'm useless, both as a Guardian Club member and as a human being, but I guess it's always been like this. I'm only ever able to do anything because of Garlinde, now that I don't. I was going to invite her to join the creative crew, but asking her now might do more harm than good. Maybe Fee could cheer her up. She's not exactly Ray of Sunshine, but they are in the same club, so she might still help. Muss ich jetzt wieder Fee holen? Gut, wir holen Fee wohl, ähm, so, adjust party, bitte. Fee, so. Confirm. Das hat mein Leben verbessert, dass ich diese sinnvollen Gameplay-Eingriffe gerade vornehmen musste. So. Bla 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 bla. Ich hab Fee dabei, übrigens. This isn't you. Fee? You're the kind of person who loves causing trouble and pulling pranks on everyone. Like Edel, me, Linda, even Rin sometimes. You skip classes and even your club meetings pretend to be Linda to embarrass her and anyone who gets involved. But in the end, you always leave everyone with a smile on their face. Works with the flowers, too. They always look so happy whenever you take care of them. So, sitting here alone, praying for someone to solve your problems for you, isn't you. Nobody would be able to stop Zvivi I know from running out and finding Linda herself. He's right. And as it so happens, we're flying the recorages all over Orobonia now. I can't guarantee you'll find her, but if you come with us, there's a chance you'll hear something about where she might be. So, what do you say? Are you willing to Linda's hand? You guys. Of course I will. I don't know what's gotten into me lately. But if anyone should go out there and hunt her down, it's gonna be me. So, this is need to look out for each other, right? Bingo. Welcome to the team, Vivi. Heh, thanks. You are awfully lucky. It's not every day everyone is the loveliest lady who joins the rec-tag band of adventurers like you. Yeah. Gut, okay. Ich dachte jetzt schon, ich müsste erstmal Linda finden jetzt, aber nein. Sie kommt deswegen einfach mit, nur weil ich viel dabei habe und sie ein bisschen aufgemundet hat, das ist doch nett. Dann werden wir Linda bestimmt noch irgendwann im Verlauf des Spiels finden, davon gehe ich jetzt erstmal aus einfach. Wäre ja blöd, wenn nicht, ne? So, und hier gibt es auch noch irgendjemanden. Wer war denn das noch? Ich habe dich schon mehr vergessen, tut mir leid. Bist nicht sehr einprägsam. Kaspar, oder Kaspar, oder was auch immer. Oh, hey guys. Haha, nice to see you managed to find all your Claire 7 Buddies in the Adrien. Thanks, I'm pretty happy about that too. Hope things been on your end. Still doing alright. So far so good. I like to think I'm making myself useful in the training hall doing whatever I can. Not that that's much so. I'm basically just taking care of weapon maintenance and importing more when necessary. Sounds useful to me. I'd love to thank you on behalf of everyone here. That's a little more helpful than a properly maintained blade. Speaking of helping out actually... Ich würde nicht gerne mitnehmen, me on the Courageous. Well, I'd love to help, especially if Monika's already on board, but... Hey, quick question. Could you use the Courageous to fly over to the west? I mean, theoretically, sure, we could use it to fly anywhere. That's not part of the area we're responsible for, though. We were told to focus all of our efforts on the east side of Erebonia. Even if we could go, there's a very real risk we'd get caught up in something and shut down. Not in my idea of a good time. Yeah, that makes sense. I just figured I might be able to go and see how my family was doing over there, is that's all. Oh. I forgot that you came from a town near the shore over there. I can hardly blame you for being worried. Yeah, well, whatever. I'm sorry, but I'm staying here on the ground for now. I'm hoping I'll get the chance to head over there and check on them myself. Right, that makes sense. I wonder if we can find out for ourselves, whether they're safe or not. We might be more inclined to come with us then. Ah, but how could we find that out? The best bets are probably the radio or newspaper, come to think of it. Radio is not really an option right now, but I can't think of one newspaper that it wouldn't be hard to get our hands on. Yeah, well, I'm looking at it again. We'll see it again. Sorry, I'm sorry. That's not me. Fuck. Dabei lese ich sie doch immer so. Ich bin doch der aktivste Leser überhaupt, der jede einzelne davon hat. Glaube ich. Hoffe ich. Außer ich habe einen verpasst halt. Aber gut. Kaufen wir mal eben eine. Die irgendwas Chronicles. Auf jeden Fall. Das weiß ich. Mehr nicht. So, hast du die im Angebot? Nee, ich wollte nicht mit dir reden. Alles gut, alles gut. Dich. Imperial Chronicle. Die nehme ich auch gleich mit, wenn ich schon dabei bin. So. So, Note. Buchsch. Äh, nicht hier. Mal hier. Öppel 8. Halle. Schön Deutsch. Vielleicht. Vielleicht noch nicht. So. Aber für wichtiger, die Imperial Chronicle Issue 4. Aha. 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 Azure Knight Astounds All. Ja, ja. Sie hängt es in Zeit. Aha. Konflikt neben Twin Dragons Bridge. Aha. Aha. Imperial Government Negotiating with Crossbell. Courageous Way about Still Unknown. Ja, das weiß ich. Keine Ahnung, wo die ist. Ich habe nichts über Familie gesehen. War schon klar, dass das kein einzelner Abschnitt darin sein wird in der Zeitung. Ha. Aber die haben das bestimmt genauer gelesen. Die wissen das dann schon. Wenn da irgendwas Sinnvolles drin ist, schon in die Richtung. Denke ich mal. Wahrscheinlich stand da einfach irgendwas zu der Stadt oder so, die da... Um die es gerade geht. Was weiß ich denn. Wo die halt leben. Vielleicht. Oh, come on. Es hat sich da etwas in hier, das kann uns, wie Kasper's Familie ist. Right hier. This part. Und was bringt sie zurück? Kasper, hear me out. Ich weiß, dass du dich überrasst. Aber ich denke, Chance ist das gut, dass ihr Familie ist just fine. Seriously? Was macht sie das? Check out die 6th und 7th Pages. Aha. The Chronicle? Ich habe nicht read one of sie in a while. Ich bin zu busy worrying, zu... Actually. So, die 6th und 7th sagst du. The lengthy conflict between the Crescent Provincial Army and the 4th Armored Division seems to be showing now signs of the reading up. The 4th Armored Division was known as the strongest division of the former Imperial Army, but due to their continued resistance and refusal to stand down, the Provincial Army has had no choice but to label them as a rebel army, raising tensions to a new high in the area. The 3rd Armored Division is also refusing to end its unlawful occupation of Zender Gate to the north and has yet to respond to a repeated requests to disarm. Between these two divisions, it's likely that the state of confusion will remain in Eastern Erebonia for some time to come. Oh, 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 read to the end. I'm sorry. No way. It's actually talking about the coast. Hab ich die falschen Seiten gelesen? Hä? I'm sorry, aber hab ich die falschen... Das scheint nicht so über die Coast auf Seiten 16.7. And this? We're not exactly able to check on the situation firsthand, so we can't say for sure, but... It says that while the battle started near the coast, most of it took place farther inland. That's kept civilian casualties to a minimum. If we assume that this is honest reporting, I'd say it's unlikely that your home or your family were harmed. Wouldn't you agree? Sounds like the 3rd Area dodged a bullet. There's always going to be a little bit of doubt until you see them again, but it should be safe to assume they're okay. Oh man, thank goodness. I can't thank you guys enough for bringing this to me. I've been really sick about everyone for so long, now that this is the massive weight of my shoulders. Ha, I can see the relief on your face. But at least now I don't feel quite as much of a need to go over to the west to check up on everyone. So you got me. I'll join you guys on the courageous and help you out however I can. Haha, welcome aboard. Let's fight. You bet. Juhu, da haben wir wohl alle dabei. Auch das war nicht all zu schwer. Die Uhr war eigentlich noch am schwersten zu finden von allen Sachen. I wonder who's calling. Toa? Oh, gut. Ich war schreckt, ich würde mich nicht in Kontakt mit dir kommen. Oh, hey Toa. Das erklärt sich, das Ding, das muss ich ziemlich gut sein, von The Courageous. Ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Erstens, die Gute. Wir haben tatsächlich die Location von einer von Class 7's Relativen ausgetauscht. Ja, aber da ist es, wo die schlechte Nachrichten kommen. Anyway, kannst du zurück zur Courageous-Systeme, die du kannst? Bitte, es ist wichtig. Okay, sicher, wir werden zurück, so schnell wir können. Was das Toa? Ja, sie hat gesagt, sie hat einen von unseren Familienmitgliedern gefunden. Für echt? Oh, das ist gut. Ist das eine schöne Überraschung? Well, ich glaube, das ist gut, aber sie hat auch gesagt, dass es ein Problem gab. Ich weiß nicht, was es könnte sein. Es scheint, wir würden besser zurück nach The Courageous-Systeme kommen. Family-Members? Okay, so nennen sie das also. Gut, wie du meinst, dann gehen wir mal zurück zur Courageous, würde ich sagen. Da sind wir. Also, was ist los? Oh, you're back. Welcome back, everyone. Well, we came like we were asked to. Is something wrong? You're not your usual cheerful self. Actually, Elliot, try not to panic when you hear this. Okay. Was hat das mit Elliot zu tun? I don't like the sound of this. You see, we found out where Fiona Craig is. Ach so, seine Schwester, ja. Oh well. Und dass du mich gerade an siehst, ist wahrscheinlich nicht unbedingt in Sicherheit, oder? Nicht ganz zufällig. Fiona? Elliot's sister? Ja, genau die. I didn't know that you'd lost contact with her. Where is she then? We got some information from Celtic about that, actually. Yesterday, she was moved by train from Heimdall to the Twin Rings Bridge. Against her will, that is. Ooh. Ooh. Von wem genau? It can't be. She's been taken hostage? Sure sounds that way. I'm guessing they're gonna use her to keep the 4th Armored Division at Guerrilla in check. Surely they know that having family members hostage is going too far. From what we understand, this was the Krosan Provincial Army acting alone. The Noble Alliance didn't give them the order to do so. They just went ahead and did it. Ah, wow. I imagine it was done under similar circumstances to when those Jägers were sent to Ymir, too. Then... Then this is likely an attempt by my father to take over leadership of the Noble Alliance. That hopeless fool. How terrible. But taking Fiona hostage isn't going to get Dad to surrender. No matter how much it hurts to do so, he'll always put his duties as a soldier of his own personal feelings. I don't know. I don't know. Which means... Yeah, I feel that his life is in real danger. I say we take this meta into our own hands. Really? I agree completely. Yes, do I. Yes, the country is at war, but nothing excuse doing something so cowardly. Again now. As a son, I have a duty to put an end to my father's foolishness. But you guys... You're set on intervening, then. Remember, this means you're getting directly involved in the dispute between the Imperial Army and the Alliance. Yeah, but have we a choice? Am I going to get some ernst? No, we're not. Our sole objective will be to rescue Fiona. We won't attack any more than necessary, nor will we work directly alongside the Imperial Army. I think we're pretty justified here. It's just like when we stop that jammer and not. It won't be the easiest operation to pull off, but that shouldn't stop us from trying. You guys mean it? Well, hey. If you guys know what you're doing, then I ain't gonna stop you. Fiona's friend of mine, too. And then the guild has this little thing we like to call the code. And its first article states, we're all about prioritizing the safety of civilians above all else. Nothing goes too far. That's, um, quite the code. Yeah, but it's actually good, right? One minute she's urging caution, the next she's egging everyone on. Haha, I think that settles things. If that's your decision, we'll be right behind you. And I'll be happy to guarantee the legitimacy of your actions as well. Thank you, your highness. I really can't thank you all enough. Rory Fiona, we'll be there as soon as we can. Oh, Princess and Elf would probably all of a sudden zustimmen would, wenn sie nicht in Crush of Rhin had. To advance the main story. Speak to Toa. Ja. Pfff. Pfff. Okay, wir dürfen nicht nach Grelia gehen. Wir dürfen nicht bei Eldys Vater vorbeigucken. Warum bloß? Ach, well. Ha. Bin ich schon bereit? Bin ich schon bereit? Spricht was dagegen, bereit zu sein? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, spricht nichts dagegen. Ich organisiere nochmal die Party vielleicht ein bisschen um. Ich glaube, ich wollte Vieh gerne raushaben, solange es mir tut Vieh, aber... Oh, ich will auch Laura eigentlich unbedingt in der Party haben für Schaden, aber... Warum kann ich jetzt nicht Geist rausnehmen? Warum muss ich nicht Ellie in der Party haben stattdessen mittlerweile? Das ergibt viel mehr Sinn sonst. Ich würde viel mehr Sinn ergeben dann, meine ich. Ach, egal, Deutsch. Comments Operation. Whatever. So, I guess we're ready to talk specifics on the rescue mission. We won't have time for additional preparations, once we start. So make sure, bla bla bla, warum lese ich das überhaupt vor? Ich weiß noch, was da steht. Not that you mentioned it, I haven't. Ich weiß nicht, was da stand. Fuck. We'll need much again before we start? I'd really appreciate it. Of course, sorry for not getting around to it sooner. Worum geht es? Fuck, worum geht es? Einen Moment. Ich soll die Sidequests abgeben, natürlich. Report Quests. Einfach alle, bitte. So. Bla bla bla. Oh. Oh. Huh? What was that? Oh, looks like you picked the perfect time to report. Go ahead and press the answer button below the screen. Uh, sure. Hallo? Oh. Green, maybe talk to me. It's alright. You can admit you just wanted to hear my voice. Ähm, nein. Eigentlich wusste ich nicht mal, dass du es bist. Oh, nein. Prince Oliver. How are you? I thought you went to Western Arbonia. Oh, I did. I can't tell you exactly where I am now, but... I've been on quite the journey since we parted. I'm transmitting this audiovisual signal from my current location. Really? Wow. I had no idea that it was possible to do that from so far away. Well, the standard system needs to be modified a bit for it to work. Anyway, let's get right down to checking that report of yours. Hm. Interesting. Ja, find ich auch. 11.000 Myra. Kann ich mir nicht beschwemmen, würde ich sagen. Sogar ein Rank-Up direkt. This is just a little something for me. True Gladiator Belt. Also irgendwas, was mir... ...Methe P gibt, oder? Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, alles gut, keine Sorge. Anyway, keep sending in these reports whenever you're able. As long as you've got something to fill me in on, you can call whenever you like. Und sonst nicht? Oh, man. Ich wollte doch nur deine Stimme hören. Haha. Sorry for troubling you with this, when you're clearly busy with matters over and the rest, so... Well, I did give you that responsibility in the first place. And there's no length I wouldn't go to for my beloved students. Still, even though that workaround lets me talk to you basically anytime, I can't keep the connection up for too long. Your Highness? Olivier, we need to get moving. We're heading to Parm for now. Be right there, my love. Well, at any rate, it seems I must bid you adieu for now. Duty calls. May Adios be with you. And good luck out there. Oh, man, 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 man spricht seinen anderen Namen Olivier aus? Nicht Olivier? Sondern Olivier? Oder irgendwie sowas in die... Okay. Klar. Why not? Thanks must be pretty difficult about that right now. So, if he's going out of his way just to talk to you, it means he wants to, so don't feel guilty. Here's the best way he can get the inside scoop on what's happening here, too, so everyone wins. True enough. That's a good way of looking at it. We need to make sure we never let him down. And never give him up. So. During Act 2 you can report completed quests via the oval computer. Blablabla. Dafür krieg ich AP. Genau. The rank will increase. Ja, ja, klar. Aha. Also dasselbe wie immer. Nur, dass ich's jetzt immer machen kann. Ja, das wusste ich ja schon gut. Okay. Aber erst mal ganz kurz den Truant Gladiator Belt angucken. Ja, gib mir vier CP pro Runde und ein paar andere Stepboni. Also schlecht ist er nicht, ne? Schlecht ist er nicht. Aber schlechter als das hier, find ich persönlich. Oh, wir gucken mal, wir gucken mal in Zukunft, ne? Vielleicht pack ich ihn noch irgendwo irgendwann rein. Bei jemand anderem am besten halt. Ich geh jetzt endlich los hier. So. Okay, then. It's not nailing down the specifics of the operation down in the conference room. Ja, mir geht's gut. Keine Sorge, Leute. Mir geht's vollkommen gut. The next day. Das war der 16.12. Äh, 17. Was passiert hier immer? Warum wird immer irgendeinen Tag geskippt, wenn ein Tag vergeht? Und so. Na egal. Und hier sind jetzt schon Thors Schüler am Gange an den Computern. Sehr schön. We just received a new update on what's happening on the ground. The 4th Armored Division's main force has arrived in front of the Twin Dragon's Bridge. Apparently, they are already locked in battle with the provincial army's Panzer Soldats. Personally, my Myra is on the 4th Armored Division. They have its advantage on paper in any case. Sure, thanks to their anti-soldat tactics. Which explains why father chose to add a hostage into the equation. Well, we'll be jumping into the fray soon enough. Let's go over this one more time. Upon our arrival, Her Highness will issue a declaration. Then Veloma and I will descend on the bridge's western side. Als direkt ein großer mechkampf. Okay. We'll take down the soldiers on ground. And amidst the confusion, the assault team will be able to charge in and rescue Fiona. That's about the size of it. I'm ready whenever you are. I'll wake up the assault team while taking charge of communicating with the ship. And once you've done your part, Reen, I want you to join us. Understood. And don't forget, we're going to need to keep an eye out for the Jägers. Hired by the provincial army too. Sure, we might even run into Cassino and Leo again. Schon wieder. Wow. I can't say I'm not nervous, but I'll do my best as part of the assault team. It's my sister we're going to save. I want to be right there on the front lines. Those of us not on the assault team should go inside to act as the diversion and serve as guards. We're all going to need to work together. Failure isn't an option. I'm down. Nothing can stop us. Okay, you guys all set? Yes, none of us have any doubt that this is the right thing to do. We will save Fiona no matter what it takes. Well, not turning back now. Then may the operation begin. Positions, everyone. Set a course for the Twin Dragons bridge in North East Ryzen province. Aye, aye, Captain. Full speed ahead. Ja, Fee. Ja, Sarah. So, we might run into Jaegers this time. I'm gonna need to be careful. Ha. Findest du? Können die wirklich was anhaben? Ich meine, bist du jetzt nicht die Definition von schwach eigentlich? Okay, Eddie und Sarah sind auf jeden Fall gelockt. Hm. Würde ich sagen. Laura. Und du kannst gerne da sein. Und, und, und. Äh. Du auch. Ich denke, das ist relativ... Ja. Es ist einfach gut so. So. Ich muss vielleicht gleich nochmal Laura und vor allem Eddie wahrscheinlich auch nochmal ein paar Opments geben. Aber... Das mach ich dann schon. Auf die Schnelle, denke ich mal. Erstmal kommt ja eh ein kleiner Mech-Kampf. Geh ich mal von aus. Und die werden ja auch langsam erfordernder, also vielleicht muss ich diesmal ja echt mal taktisch nachdenken ein bisschen. Und zwar nicht nur damit es ein bisschen schneller geht, sondern echt weil es sonst schwer wird. Wer weiß. Wer weiß. Wir machen jetzt hier hinten esos Carnes. Anzeigen. Ach. Vielen Dank.